Endlich genug Platz für alle im eigenen Haus. Lavinia Wollny hat etwas Großes zu verkünden, ihre vierköpfige Familie wird samt Hündchen Maja umziehen, und das nicht irgendwann, sondern schon in wenigen Wochen. Es müsse aber auch noch renoviert werden. Da steht also ganz schön viel harte Arbeit an. Auf Unterstützung aus der riesengroßen Wollny-Familie müsse sie aber verzichten. Einige Fans sorgen sich offenbar und wittern einen Familienstreit. Lavinia Wollny kann es selbst kaum glauben, schon vor einigen Tagen hatte Lavinia Wollny eine große Neuigkeit angekündigt. Punkt nun ist es soweit und die 24-Jährige lässt ihre Insta-Welt an der großen Familienveränderung teilhaben. Punkt und zwar ziehen wir um, erklärt sie freudestrahlend in ihrer Instastory und fügt hinzu, wir ziehen in ein Haus. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tim Katzenbauer hatte sie eigentlich geplant, in der Wohnung zu bleiben. Aber diese Gelegenheit, diesen Zufall, wie sie es nennt, konnten sie sich nicht entgehen lassen. Im Februar 2022 wurde Lavinia erstmals Mama, Töchterchen Heli kam zur Welt. Ein Jahr später folgte dann Sohnemann Linus Tim. Punkt im Mai dieses Jahres zog dann noch Welpe Maja bei der Familie ein. Jetzt bekommt endlich jeder den Platz, den er braucht. Punkt die Kinder haben ihre eigenen Kinderzimmer. Wir haben endlich wieder unser Elternschlafzimmer zurück, erklärt sie und gibt somit einen kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Haus, das insgesamt 4,5 Zimmer habe, wie sie in einer späteren Frage-Antwort-Runde verrät. Punkt in zwei Wochen kriegen wir schon den Schlüssel. Da freue ich mich richtig drauf, fasst sie ihre Emotionen zusammen. Punkt dann hätten sie und ihr Verlobter zwei Wochen Zeit, um zu renovieren und schließlich einzuziehen. Ein großer Pluspunkt. Das neue Haus, das sie übrigens mieten, befinde sich nahe ihrer derzeitigen Wohnung, ebenfalls im Stadtteil Rathheim, in Hüppelhofen. Lavinia spricht Dacheles zum angeblichen Wollnis-Streit, neben der Renovierung müsse sich die vierköpfige Familie auch um eine neue Küche bemühen, erklärt sie, weil die, die wir jetzt haben, die ist viel zu klein, weil die Küche da viel viel größer ist, schwärmt sie. Punkt da sich offenbar so viele Follower bei ihr gemeldet haben, macht die 24-Jährige kurzerhand eine Fragerunde auf Instagram auf. Punkt dort wird wohl viel über einen Familienstreit unter den Wollnis gemunkelt. Schließlich ergreift Lavinia Wollni selbst das Wort und träumt mit den Gerüchten auf. Immerhin heißt es, dass ihre Familie nicht helfen könne. Die ist vor einiger Zeit in die Türkei ausgewandert. Punkt kann ja keiner wissen, dass wir auf einmal so schnell umziehen, nimmt Lavinia ihre Liebsten in Schutz, ich verlange jetzt auch nicht von denen, dass die Flüge buchen und nach hier kommen. Das wären mehr Unkosten als alles andere. Punkt die Familie habe aber keinen Streit, stellt sie klar. Für Lavinia und ihre kleine Familie steht nun eine aufregende Zeit an, auf die sie sich aber offensichtlich sehr freuen.